Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Elder Scrolls Online. Heute geht es weiter mit der nächsten Spur für die Erscheinung Waldgeist. Die findet ihr, wenn ihr einmal eure Sammlungen öffnet, unter Aussehen, dann unter Erscheinungen. Und hier steht es unter Borkenwurzsegen. Das ist die Erscheinung, die ich gerade ja angelegt habe. Und Erscheinung ist im Gegensatz zum Kostüm eben von Kopf bis Fuß, wie man sehen kann. Das heißt, ich bin hier überzogen mit Moos und Wurzeln, habe ein paar Blümchen auf dem Oberschenkel und das Ganze dann auch im Gesicht. Und das ist tatsächlich der einzige Punkt, der mich bei den Erscheinungen immer ein bisschen stört. Ich finde, vom Gesicht her ist das meistens nicht so der Knaller. Also mir gefällt es zumeist nicht. Macht doch ganz schön alt. Aber gut, prinzipiell sonst eine tolle Sache. Je nachdem, wie viele Erscheinungen ihr schon habt, könnt ihr sie ja alle mal ausprobieren und schauen, ob sie euch vielleicht ein bisschen besser gefallen als mir. Gut, für diese Erscheinung brauchen wir zehn Spuren. Die finden wir wiederum in unserem Tagebuch, wenn wir einmal auf die Antiquitäten gehen. Dann gehen wir hier unten auf die DLC-Gebiete, auf Galen und dann scrollen wir mal ein bisschen runter und hier finden wir den Waldgeist. Zehn Spuren, das sind gelbe Spuren. Das heißt, ihr müsst tatsächlich mit der Archäologie ein bisschen fortgeschritten sein, dass ihr die spähen und ausbuddeln könnt. Und wenn ihr alle zehn Spuren gesammelt und ausgebuddelt habt, dann ist die Erscheinung bei euch dann entsprechend hinterlegt und ihr könnt sie nutzen. Die Spuren, die ihr noch nicht habt, das ist dann quasi so ein Fünfeck mit einem Fragezeichen drin. Da steht auch leider nicht dabei, wie die fehlende Spur heißt. Also müsst ihr es im Endeffekt mit dem Ausschlussverfahren machen. Das heißt, schauen, welche habe ich schon und ist die Spur aus diesem Video wirklich die, die mir fehlt oder nicht. So, ich befinde mich in Galen logischerweise und habe hier den Wegschrein genommen von Glutranke und bin hier runtergelaufen, denn wir müssen hier zu dem Weltboss, der auch gerade hier bekämpft wird, Hain der Chimäre. Dort wird die Spur droppen. Allerdings ist es natürlich, ja, wie immer, es ist nie eine Garantie, ob die Spur dann wirklich letztendlich droppt oder nicht. Das ist halt random. Wenn ihr Glück habt, müsst ihr das Ganze, also den Endling hier nur einmal killen. Wenn ihr Pech habt, müsst ihr das halt vielleicht auch vier-, fünfmal machen. Ich kann mich beim besten Willen nicht erinnern, wie lange das jetzt hier bei mir gedauert hat. Ist schon länger her, beziehungsweise ich habe diese Spur quasi so aus Versehen bekommen. Da wusste ich noch gar nicht, dass es diese Erscheinung dafür gibt und habe dann später festgestellt, ja, die Spuren hast du ja alle schon und habe mich tatsächlich nur noch darauf konzentriert, die Spuren zu suchen, die mir eben noch fehlen. Das war's zu der Spur, zu dieser Erscheinung. Dann sollte ich jetzt mal ernsthaft hier ein bisschen mithelfen, das gute Viecher zu killen. Ihr seht aber auch schon, der ist nicht ganz ohne. Also ihr solltet euch definitiv hier nochmal ein bisschen Hilfe holen, dass ihr nicht alleine seid, beziehungsweise im Moment warten. Normalerweise sammeln sich dann auch immer mal ein paar Leute, die da mithelfen. Es ist ganz häufig eben auch die Daily Quest und dann hat man eigentlich immer genug Leute hier. Alleine, glaube ich, würde ich mich mit ihm nicht anlegen. Auch wenn es nur einer ist, er hat mehrere Köpfe und macht ganz schön Aua. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Oh no. So, jetzt nochmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und weitergeholfen. Dann freue ich mich natürlich immer über ein Like und ein Follow. Sehr gerne auch auf Twitch. Ich streame dort regelmäßig live, vereinzelt jetzt auch hier auf YouTube. Es läuft noch nicht alles so optimal, wie ich mir das vorstelle. Aber wie gesagt, auf Twitch freue ich mich dann natürlich auch sehr, sehr gerne über ein Like und ein Follow. Das war's für heute. Tschüss, eure tote Kastanie. Bis zum nächsten Video.